Herzlich Willkommen zurück zum Moorhuhn schlägt zurück. Vornehin weg eine traurige Nachricht. Ich habe den Part schon mal aufgenommen, aber mein Renderprogramm hat den Part dann letzten Endes verhauen und ich hatte die Rohdatei schon gelöscht. Und jetzt muss ich den Part nochmal aufnehmen, aber wir nehmen es gar nicht mehr so übel, weil wir kriegen ein paar Level dazu. Und ein paar Level sind gut, weil ich hatte sowieso bei den Leveln hier 19, 20, 21, 22 und 23 fast keine Chancen. Und zwar so wenig Chancen, dass ich nicht mal ein sechstes Level in dem Part geschafft habe. Und wir sehen das jetzt einfach so positiv, dass ich jetzt vielleicht ein sechstes Level in dem Part hinbekomme. Wäre auf jeden Fall schön, wenn ich mir das hier so ansehe. Das Level 21, der hat ein Level mehr als ich. Ein Level nur. Und hat alles hier schon auf eine richtige Burg ausgebaut. Bei mir besteht hier die Burg immer noch aus Holz. Ist so ein bisschen traurig, ja, aber ich spiele auch nicht viel online. Wobei ich jetzt auch wahrscheinlich gar keine Chance mehr hätte, online gegen irgendjemanden zu gewinnen mit meinen. Aber ist okay. Ist okay. Gut, ähm, ja, wir spielen die Level 19, 20, 21, 22 und 23 nochmal, weil die habe ich euch ja noch nicht gezeigt. Und ich möchte euch noch gerne zeigen und gucken, dass ich auch noch Level 24 reinpacke, damit wir heute die Winterwelt abschließen können. So, was ich sonst noch angesprochen habe, war nochmal das Gewinnspiel, an dem ihr ja noch teilnehmen könnt. Das läuft ja immer noch im Part 1. Was ihr da tun müsst, ähm, habe ich ja bereits geschrieben. Äh, nicht geschrieben, gesagt. Und, äh, das Traurige ist halt wirklich, dass manche Leute in dem Part nicht mal so weit gucken können, um zu erfahren, was sie für das Gewinnspiel tun müssen. Die schreiben dann halt einfach irgendwas rein und, und, äh, also in die Kommentare. Und, und, und denken dann so, ja, äh, ist der Ultra, der, der wird halt schon akzeptieren. Ihr werdet das Gewinnspiel wahrscheinlich schon gewinnen. Wenn ich da jetzt irgendwas random Müll reinschreibe. Und das ist halt so ein bisschen schade, aber gut. Ne, ich habe gesagt, was ihr tun müsst, wenn ihr das nicht macht, ist das nicht mein Problem. Dann werdet ihr aber auch definitiv nicht gewinnen, das Gewinnspiel. So sieht es nämlich aus. Ich werde definitiv keinen gewinnen lassen, der nicht mal, äh, ein Video gucken kann. Bis zu der Stelle, wo, wo ich sage, was man für das Gewinnspiel tun muss. Die Sache ist ja auch, ich habe das relativ früh ein paar sogar gesagt. Und das ist allein schon traurig, dass man nicht mal so weit gucken kann, dass man, ähm, dann erfährt, was man eigentlich tun muss. Gut, das war jetzt eher die Minderheit. Das war jetzt auch ein bisschen sinnlos, dass ich das jetzt angesprochen habe. Weil, wie gesagt, das war die Minderheit, die das nicht geschafft hat. Aber ich wollte es trotzdem mal ansprechen, weil es halt schon ein bisschen traurig ist, dass wenn Leute, äh, Gewinnspiel lesen, in, ähm, in der, in der, im Titel des Videos, dass die dann einfach random irgendwas reinschreiben in die Kommentare, um irgendwie dabei zu sein bei dem Gewinnspiel. Und das ist halt, das ist halt traurig. Solche Abonnenten brauche ich jetzt auch nicht wirklich. Und das war eigentlich gerade eine total traurige Runde, weil ich nicht mal die zwei Sterne geschafft habe. Aber es ist okay. Ich habe jetzt, äh, wenigstens meinen, äh, meinen, meinen, meine Gedankengänge einmal kurz zusammenfassen können in diesem Kampf. Und, äh, die drei Sterne, die kriegen wir dann früher oder später auch noch. Nicht wahr? Ich habe sie zwar schon, aber ich möchte euch dennoch zeigen, wie man die in diesem Level bekommen kann. Nicht wahr? Gut. Und deswegen, ähm, habe ich da gerade das Schaf abgeschossen. Ich habe da gerade das Schaf abgeschossen, das ist nicht so gut. Ah, ich treffe nicht. Ich will das Richtige treffen. Ja, vielleicht mit weniger Schusskraft. Damit ich da unten... Ah, nicht dat! Verdammte Scheiße! Dann ballere ich einfach hier mit der Kugel straight rüber. Sehr schön. So, und jetzt die Mauer einreißen. Weil ich glaube, hier sollte man, ähm, auf den, auf den Anführer gehen. Ich glaube, der Anführer war hier besser, wenn man den killt. Ja, oder man macht es einfach so. Ist auch okay. Gut. Dann, äh, habt ihr hier gesehen, wie drei, äh, wie die drei Sterne hier funktionieren. Habe ich, äh, habe ich gut gemacht. Ich war... Ich habe hier gerade verloren. Warum auch immer. Ich wurde anscheinend überfallen. Ach, das bedeutet, selbst wenn man gar nicht spielt, äh, kann man trotzdem Kämpfe gewinnen, wenn die anderen dich herausfordern, aber du zu blöd bist, äh, aber die zu blöd sind, gegen dich zu gewinnen. Oder wie muss ich das verstehen? Anscheinend. Okay. Das ist... Das ist cool. Das gefällt mir. Level... Wo waren wir? Level 20. Jap, 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 jap. Gut. Was, äh, sollte man hier bestenfalls angreifen? Ich glaube, wenn man hier auch einfach straight auf den Anführer geht, dürfte das schon in Ordnung sein. Ja, aber dann muss ich das Schild erst mal zerstören, um da mich überhaupt durchzubuddeln zum Anführer. Gut, das ist ja auch gleich kaputt, aber... Ob das so seine Richtigkeit hat? Ah, doch, ich habe das Schild noch getroffen. Sehr cool. Na dann. Wie du willst, Spiel? Ach komm, das... Das hätte man ruhig durchgehen lassen können. Das hätte man ruhig durchgehen lassen können. Ich versuche jetzt auch wieder ein bisschen öfter Moonschläge zurückzubringen. Die Sache ist halt, ne, ähm, weil, weil ich halt so schlecht in dem Spiel bin, wie man das auch merkt, oder so ein bisschen unterlevelt, ist es halt auch ein bisschen schwer, jetzt hier ständig die Kampagne zu spielen, weil, ne, ich komme halt nicht wirklich weiter, wie man auch hier wunderbar merkt, dass ich nicht weiterkomme. Ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt alles dazu gebaut habe, im Vergleich zum letzten Part. Also wir haben hier zwei Magier, wie ihr das wahrscheinlich schon gesehen habt. Äh, die Kanonen habe ich extrem upgegradet, was das angeht. Also die, ähm, sind relativ stark. Stufe 7 von 18. Und dann habe ich hier noch eine Schatzkammer. Ich weiß nicht, ob wir die schon hatten. Da kriegen wir halt immer noch ein bisschen Bonusengeld, wenn man, äh, eine Mission, also wenn wir eine Mission gewinnen. Weiß ich nicht, ob wir die schon hatten. Und dann habe ich hier noch eine Flagge hingebaut, weil man dafür eben ein Achievement bekommen hat. Da werde ich sowieso auch nicht alle bekommen in den Let's Play, einfach weil es viel zu viele sind. Aber dann habt ihr ja wenigstens noch was zu tun. Level 20 again. Das hat hier gerade nicht so gut geklappt. Deswegen machen wir das einfach straight nochmal. Nicht wahr? Und jetzt versuche ich ein bisschen höher zu schießen, sodass ich das Schutzschild... Ja gut, dann treffe ich halt wieder das Schutzschild. Ja, halleluja. Na dann. Genau. Warum nicht gleich so? Dad wollte ich treffen. Verdammt nochmal. So, treffe ich jetzt nochmal? Na, jetzt habe ich das Falsche getroffen. Das ist eigentlich auch gar kein schwieriges Level, wenn man es so sieht. Man muss halt nur irgendwie, ja, den Anführer treffen. Aber wie ich mich zu denen durchgebohrt habe, ist Allertageabend oder ist Heiligabend, je nachdem, was früher kommt. Und wenn ich jetzt hier viel zu lange an den Leveln nachholen sitze, dann werde ich das auch cutten, weil ich einen Bart nicht über 20 Minuten gerne hätte. Oder 25 Minuten. 25 Minuten ist eine schöne Zeit und wir wollen ja auch nicht übertreiben. Nicht wahr? Na, damit treffe ich nicht. Komm schon. Bam. Aber auch hier wieder keine drei Sterne. Ich habe es wieder nicht hinbekommen. Warum bin ich zu schlecht dafür? Na, dann nochmal. Was soll ich bestenfalls angreifen? Ich weiß es nicht. Ach komm, das hätte man gelten lassen können. Das hätte man ruhig gelten lassen können. Gut. Ach komm, nicht das Schutzschild. Verdammt nochmal. Ja, warum ist da hinten eigentlich ein Esel? Ja, ich glaube, ich soll einfach die hier abballern. Kann das sein? Wenn ich jetzt hier hinballer, ja. Ich glaube, ich lasse das mal als drei Sterne durchgehen. Ihr habt es gesehen. Einfach ein bisschen schneller sein. Eine Sekunde. Das lassen wir gelten. Komm schon. Ich habe hier die drei Sterne. Ist okay. Level 21. Es wäre nur unnötig, wenn ich das jetzt nochmal mache. Deswegen. Das lassen wir gelten. Das lassen wir gelten. So, das hier wäre nach oben schießen. Das ist auch nicht so leicht. Warum gilt das nicht? Also, ich hätte das gelten lassen. Definitiv. Irgendein Level hatte man mega viel Zeit. Das weiß ich. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt das... Och komm, triff die Kanone. Das ist so schwierig daran, die Kanone zu treffen. Ja, oder mach direkt so. Warum nicht gleich so? Halleluja. Bam. Das meine ich. Gewisse Level sind dann wieder so einfach. Aber dann... Dann kommt wieder so eine richtig kranke Scheiße, wo du denkst. Nee. Nee. Hör auf. Bitte. Gut. 22. Ich weiß, dass 23 einfach nur geistesgestört war. Wie ging denn das hier? Das war auch nicht schwierig, glaube ich. Das war kein schwieriges Level. Ich glaube, da musste man einfach nur ganz knapp hier über den Hang schießen. Dann hat man immer hier schön unten getroffen. Genau. Deswegen habe ich auch meine Magier hier schön hochgesetzt. Damit das hier richtig elegant klappt. Wir haben schon Magier. Dankeschön. Hoffe ich, der setzt jetzt kein Schussschild ein. Ja, ich treffe aber auch nicht. Ist ein Magier tot? Nee, es ist kein Magier tot, aber es sieht gar nicht gut aus. Trifft den Anführer. Aber es reicht noch nicht. Warum? Hör auf. Nein, mein Magierhuhn. Da müssen wir es so machen, aber ich glaube, ich treffe nicht. Verdammt. Ja, damit haben wir die drei Sterne, glaube ich, verkackt, ne? Ja. Ganz knapp mal wieder. Ein Treffer. Ist aber nicht schwer. Wenn man sich an den Hügel orientiert und den Radius ganz knapp da drüber zieht, dann gewinnt man das auch. Mach ich auch nochmal. Hat gerade viele Erfahrungspunkte gegeben. Ist schön. Macht Spaß. So, und dann kann ich euch auch noch einen Trick zeigen, wie man relativ leicht an Geld in der Kampagne rankommt. Tatsächlich habe ich da ein Level gefunden, was einem beim Geldfarmen mega hilft. So. Nein, ach, come on, wirklich? Was soll das? Warum bin ich jetzt so schlecht? Im Treffen. Der Festung. Das darf doch gerade nicht wahr sein. Bam. So, und jetzt noch der Anführer. Aber ich glaube, das wird auch keine drei Sterne. Dann müsste ich jetzt mega gut treffen. Wir haben schon mal einen Treffer. Der zweite, der muss jetzt mega schnell hintereinander kommen. Und das reicht nicht. Nee. Viel zu schlecht. Schade. Na gut, dann beenden wir es einfach. Und... Ja. Ihr habt es gesehen, wie es funktioniert. Ihr habt es gesehen. Ich muss es ja auch nicht nochmal ausführen. Jetzt... Oder? Oder? Na komm. Dann haben wir Level 21. Dann kann ich für Level 23 versuchen, mit der Feuerkanone irgendwas zu machen. Das wäre super. Das wäre wirklich super. Ob das jetzt klappt oder nicht, ist egal. Ihr habt es zweimal gesehen, wie es richtig super funktioniert. Man muss halt nur dann auch treffen, wenn es drauf ankommt. Nicht wahr? Das ist so der Fehler, den ich nicht hinbekomme. Das Treffen, wenn es drauf ankommt. Ach, come on. Wirklich? Natürlich aktivierst du jetzt ein Schutzschild. Weißt du, ihr wollt mich doch alle verarschen. Oder? Jetzt muss ich ja warten. Und das ist auch so random, ob die das einsetzen oder nicht. Und genau deswegen verkackt man dann die drei Sterne. Genau deswegen und nicht anders. Gott sei Dank. Ich habe nicht mal den König gerade getroffen. Ich habe den Turm dahinter getroffen. Egal. Level 21. Magier Stufe 4. Und die Feuerkanone. Das ist schön. Das gefällt mir. Ein weiterer Magier schadet nicht. Gut. Äh. Bauen. Ich hätte gerne einen Magier. Wo gibt es den? Der ist hier. Wollen wir den hier hinstellen? Eigentlich müsste ich da noch ein paar Schutzschilder anbringen. Kann das sein? Ich glaube, das würde mich schaden. Gut. Dann haben wir drei Magier hier. Ich habe sogar ein Achievement. Bauherr. Okay. Ich bin ein Bauherr. Super. Dann. Wie gesagt. Ein paar Schutzschilder wären nicht schlecht. Hier vorne. Oh. Die sind aber ganz schön teuer, du. Halleluja. Äh. Machen wir zwei. So. Ja. Und jetzt ist die gute Frage. Ich kann das hier nicht abreißen, leider. Ich kann nur gerne ein bisschen weiter oben. Na gut. Dann muss ich die halt hier unten hinstellen. Das ist okay. Das erste. Ich möchte nämlich dringend. Ach. Die kann ich auch nur hier an der Wand anbringen. Wie viel kann ich so ein Schutzschild verkaufen? 2000. Das ist gar nichts. Na gut. Für eine Feuerkanone. Kann ich die Magier eigentlich... Ich kann die alle nochmal upgraden. Na, wenn dem so ist... Sei nicht. Nein. Nein. So. Sehr schön. Voila. Jetzt glitzern die hier. Jetzt nicht mehr. Egal. Vielleicht. Habe ich so ja eine Chance, Level 23 jetzt abzuschließen mit drei Sternen, ohne ein Power-Up zu benutzen. Denn beim ersten Mal habe ich dafür ein Power-Up benutzen müssen. Here we go. So. Und hier ist auch der Trick eben, wie man schnell Geld farmt. Ihr seht die Truhe da drüben. Na? Auf den kleinen Hügel. Und die kann man sich ganz leicht sammeln. Das sind 4000 Münzen. Ihr verlasst den Kampf. Habt 4000 Münzen mehr. Geht wieder rein. Die Truhe ist wieder da. Und, äh... Dann wartet ihr wieder drei Sekunden. Zielt. Trefft bestenfalls die Truhe. Wieder raus. Wieder rein. Das ist ein wunderschöner Geld-Trick, der super funktioniert. Und ich dachte, dass die Truhen random sind, aber... Anscheinend sind die dann doch festgeschrieben in Leveln. Tja. Neh, mein Problem. So kann ich Geld farmen. Sehr schön. Und ich glaube, ich mach das jetzt auch noch ein bisschen. Cutte das aber für euch, weil ich hätte gern wieder 20.000. Gut, was ich nun zu guter Letzt noch ankündigen möchte, geht an die Leute bei Strich, äh... Bei Strich, äh... Gut, was ich jetzt noch ankündigen möchte, geht an die Leute, die, ähm... Das Spiel ebenfalls besitzen und gerne mal gegen mich spielen möchten. Ich weiß nicht, wie ich Leute hätten kann. Wie geht dat? Bestimmt geht dat irgendwo. Man kann ja irgendwie gegen Freunde spielen. Konto, hier. Ich kann ein neues Spiel, ich kann offline gehen, ich kann den Namen ändern. Meinen Namen wisst ihr ja. Ihr wart ja dabei im Part 1, wie ich, äh, da den Namen eingegeben hab. Ähm... Ihr könnt mir auch mal... Euren Namen in die... Ach, hier. Okay. Wie kann man gegeneinander spielen? Das ist eine gute Frage. Also die Leute, die sich da auskennen, würden mich, äh, würde mich mega interessieren. Wenn ihr mir da mal, äh, helfen könntet. Wäre super, wie ich da gegen euch spielen kann. Denn ich möchte einmal gegen euch spielen. Den Part möchte ich auch jetzt bald dann aufnehmen. Das soll, äh, Part, äh, 5 oder Part 6 jetzt dann sein. Und, äh, den werde ich dann wahrscheinlich irgendwann am Wochenende aufnehmen. Was so viel bedeutet, wie... Ich werde das über Twitter ankündigen. Bedeutet, wenn ihr mir noch nicht auf Twitter folgt, dann solltet ihr das bestenfalls machen, weil dann schreibe ich da auf Twitter, ich, äh, nehme jetzt morgen Strikes Back, äh, gegen euch auf. Bedeutet, wenn ihr Bock habt, könnt ihr, äh, dann auch online kommen und gegen mich eine Schlacht wagen. Wahrscheinlich machen wir dann gegen die Leute, die sich trauen, sich mir zu stellen. Wahrscheinlich seien da sowieso alle besser als ich. Ähm, ja. Ja, machen wir dann wahrscheinlich ein, äh, Best of 3, denke ich jedenfalls, dass wir das machen werden. Ich hab mir das auf jeden Fall so vorgenommen, ein Best of 3 zu machen. Das dürfte auch sich gut ausgehen in einem Part. Plus dann eben noch ein paar random online Matches, das Ding, und find ich das gerade... Find ich das super. So. Was ich nicht so super finde, ist, dass ich relativ wenig Chancen hab, gegen diese Burg. Ich hasse diese Burg. Ich weiß nicht, wer die aufgebaut hat. Irgendein, ein Hühnchen wahrscheinlich. Und ich, ich hasse dieses Hühnchen ab sofort. Das ist richtig ekelhaft. Ich find die Feuerkanone auch so OP. Aber gut. Es sieht außerdem so aus, als ob wir es wieder nicht schaffen. Das Level ist so scheiße. Es ist so unglaublich scheiße. Na komm. Mach hinne. Beeil dich. Liebes Spiel. Ich krieg hier aber auch den Radius wirklich nicht gut eingeschätzt. Das ist das Problem. Glaub, man sollte hier halt so arbeiten, wie ich das jetzt gerade hier gemacht hab. Sich so eben zum Anführer durchzuarbeiten. Ja, du kannst gerne die Kiste haben. Ich will das Geld gar nicht. Na? Gut. Natürlich aktivierst du jetzt so nen Scheiß. Gut, dann hab ich verkackt. Ja. Dann hab ich eindeutig verkackt. Super. Habt ihr, habt ihr gut gemacht? Versuchen wir's nochmal. Diesmal schieße ich direkt mit meiner Feuerkanone. Und räum mal schön den Turm da drüben auf. Nicht? Warum nicht? Warum hat es nicht gereicht, um den Turm aufzuräumen? Hallo? Kann mir das jemand sagen? Find ich nicht nett. Überhaupt nicht. Bam! Weg ist der Turm. Sehr schön. Und das ist auch der Trick, wie man eben in diesem Level vorgehen sollte. Den Turm an seiner Schwachstelle treffen. Und dann hier, wie eben gesagt, mit dem Elektroblitzen sich durchbauen. Zum Anführer. Jetzt müsste ich da halt noch einen wunderschönen Treffer landen. Die Sache ist nur, wahrscheinlich treffe ich den jetzt nicht. Oder zu spät. Natürlich treffe ich ihn zu spät, aber es hätte auch nicht gereicht. Ja gut, aber so funktioniert das Level. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich gefunden habe, dieses Level schnell und gut abzuarbeiten. Wollen wir es nochmal? Ich hätte gerne die drei Sterne im Let's Play einmal gezeigt. Das andere Level kriegen wir ja auch sowieso wieder nicht hin, wie es aussieht. Dafür bin ich einfach anscheinend viel zu schlecht. Gut, na dann. Feuerkugel im Anmarsch. Sehr schön. Das war ein super Treffer. Okay, das Huhn hat noch abschießen können, bevor es dann letzten Endes gestorben ist. Aber... Ach. Ihr Schuss war... Oder der Schuss des Huhns war umsonst. Leider. Genauso wie dieser Schuss des Huhns. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber... Eure Schüsse, liebe Hühner, waren vollkommen sinnlos. Genauso wie dieser Schuss. Super. Jetzt verkack ich es gerade selbst. Weil ich gerade den Anführer nicht treffe. Äh. Und warum zählt das nicht? Man muss so genau aktivieren. Das ist unglaublich. Leck mich. Ich hole mir jetzt das Geld und dann resette ich direkt. Nein, Geld! Geld! Dankeschön. Da will ich kein Level ab. Na, jetzt bräuchte ich halt wieder so einen perfekten Schuss. Aber ob ich den hinbekomme? Und... Komm schon! Ich muss treffen! Kabam! Kabam! Haha! Geschafft! Gott sei Dank! Dieses Level ist wirklich der Albtraum schlechthin. Also das wollte er einmal spielen und nie wieder. Gut. Na dann. Wir haben zwar das letzte Level der Eiswelt wieder nicht geschafft. Aber ich nehme es auch gar nicht so schlimm. Ich habe jetzt endlich die Level hier wunderbar geschafft. Und ich merke, ich bekomme langsam wieder eine Chance in dem Spiel. Und ähm... Ja. Das ist ein schönes Gefühl, wenn man langsam aber sicher wieder eine Chance hat. Und deswegen... Ja. Werden wir uns beim nächsten Mal dem Finale der Eiswelt stellen. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dahin. Tschö tschö. Euer Ultra. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei.